So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Fragdom und alle wollen, dass ich aufnehme. Alle im Chat. Ach du YouTube-Star ist da. Hallo YouTube, ich will auch Hallo sagen. Hi, wegen euch muss ich noch Aufnahmen machen. Ja, und falsch geschrieben, das weiß ich. Ach, dachte, du wärst offline. Ja, ich bin offline, aber bei YouTube. Ich bin momentan nicht bei YouTube. Hallo Marato, mein Schatz. Scheiß Crash. Willkommen back, Lidl. Die Nachtgessen mit dir war so geil. Hey YouTube, today im Singen Watch Me from Silentio. Lichts. Ja Gott, ich schreibe nur noch falsch aus. Ich, 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 muss da durch. So, also Dankeschön für den netten zu Bord. Und, ähm, freut mich. Ich hatte gestern, also ja, gestern am Sonntag war ja offline der Server von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Und ich habe scheiß Internet gehabt mit 500 Kilobyte pro Sekunden. Und, ähm, Ja, da habe ich halt Sacred aufgenommen und kurz ein Server-Video von, ähm, Hexit-Server. Und sonst, ähm, nicht viel gemacht. Bisschen Filme geschaut und so. Hab die Filme legten auch, also habe ich ein bisschen Offline-Games gegampt, wie zum Beispiel Sacred 2. Ich wollte sie nicht besiegen. Ja genau, mit, mit dem, mit dem Löwen das Tor aufbrechen. Sehr schön. Ohne Relikte diesmal. Bisschen Roar, haha. Roar. Jetzt haben wir zwei Flügel. Ha! So, mal kurz schauen. Es ist irgendwie ein bisschen zu laut. Ja, so ist angenehm. Und weil er morgen um halb drei, halb vier ist, so, sollte ich nicht so zu laut haben. Ähm, es hört zwar niemand, aber trotzdem, nicht so laut sprechen, vor allem. So, ich will mal schauen, wo der Typ hier ist. Der tut uns nämlich das Teil wieder erobern. Da oben irgendwo haben sie gesagt, auf den Zähnen. Aber wo auf den Zähnen? Ah, da ist er. Der Melodies. Danke. Ich muss mal kurz. So. Voll. Da. Noops. Hat er jetzt schon echt so gekippt. So. 2000 Warmaster Münzen. Jetzt haben wir 55.400. Und jetzt gehen wir wieder weg. Und dann gehen wir wieder zum Tor. Und nehmen das nochmal ein. Damit wir ganz schön gut Warmaster Münzen holen können. Deshalb mache ich jetzt auch in der Nacht mal eine Aufnahme. Hui. Ixte. Genau, Ixte. Ixt, 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 Ixt. So. Ähm. Wieso habe ich jetzt 11 FPS? Ah, Regnum. Regt mich nicht auf, gell? 8 FPS. Yay. Noch besser. Kurze Aufnahme. Stopp. Ich muss schauen, was Frebs für Probleme macht. Bis gleich. So, jetzt geht es wieder flüssig. Also es ist Frebs gewesen und nicht Regnum. Ähm. Das ist auch gut. 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 Sagt Bescheid. Sie soll Bescheid sagen. Oh, Elria. Da ist sie. Hallo, Siese. Hallo, Siese. Hallo, Siese. Ich glaube, es ist so viel erreicht. Äh, der Draco. Ja. Sehr aktief. Ich mache ja auch bald Support Videos. Jetzt habe ich das gelesen. Was ist das mit dem Support? Nein, weiß ich nicht, was ich gelesen habe. Ähm, Konzentration. Ähm, sobald ich auch Gameplay Videos mache, ähm, kann ich ihn, ja, irgendwie, ähm, motivieren oder so. Vielleicht macht er dann auch weiter. Wieso nicht? Zu zweit mit Drachenflügel. Also mit, ähm, Dingflügel. Ähm. Er sagt schon, Circuitflügel. Kann man schon gut angeben und dann rushen. Also bitte. Da haben wir alle Angst vor den Flügen vor allem. So Drachen. Leute kommen voll. Da, bam, bam. Oder, ähm, Teufelchen. Eher absehen, sehen aus wie Drachenflügel natürlich. So, und wie lange geht das? Hallihallo und herzlich willkommen, hat da einer geschrieben. Da, der Lidl. Das ist mein, seit 2011, wo ich das erste Video gemacht habe, ist das mein, eigentlich mein, ähm, ja, Standardspruch. Den habe ich nie geändert, den will ich eigentlich auch nicht ändern. Und, ähm, alles andere tönt mir ein bisschen zu blöd. Deshalb habe ich das gelassen. Ähm. Eben noch Sysgene wegnucken, okay. Ja, ja, chill. Chill, der kleine Jarhead. Ja. Ich mache alles. Voll alles. Die Goloshosen, die ich gefunden habe, Level 58, Mana plus 105, Verbesserungsstufe 1, Spezial. Rüstung 230 plus 7. Richtig genial. Und sonst, dunkles Maragd habe ich da noch gesammelt. Die Rachter-Rivine verkaufe ich da wieder, bis auf einen. Und, ähm, voll sinnvoll. Ähm. Löwenhelm aus feiner Stahl. Überragend. Greifenbrustpanzer ist der alte Brustpanzer. Und, ähm, voll sinnvoll. Lasse würde dir einiges zeigen wollen. Aha. Ach ja, Innetor muss auf sein. Oh Gott. Dann haben wir wirklich ein super Fehl gemacht. Ja, aber kein TS-Server. Yay. Okay. Okay, und das kann man nicht kopieren. Ah, Mann. Stift, Stift, Stift. TS-3. Punkt. Riefer. Styx. Styx. Styx ist doch der Fluss der Seelen, oder? Punkt. D.h. Okay. Gucke später mal rein. Noch dem Video. So. Du Kacklappen, Mann. Voll der Kacklappen. Tönt, ähm, fast nicht lesbar wegen dem Kacklappen. Eih, du. Ich hätte es, äh, ja, ich weiß es nicht, also. Ja, pff, ich gehe auch zum, 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 zum Mauer, also bitte. Huh. Für eine Minute, eine Minute 50 Sekunden, okay. Ja. Also. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen etwas mit anderen Leuten machen, weil ich bin nicht so einer, der sagt, ja, dann haben die anderen auch Erfolg und das will ich nicht. Ich will doch niemanden Erfolg gönnen und so. Nein, ich bin nicht so, ich will auch anderen den Erfolg natürlich gönnen. Sie dürfen mitmachen, sie dürfen, ja, wenn sie Lust haben, auch, ähm, mithelfen und, äh, da bekommen sie natürlich auch Hilfe. Und, ähm, ja, so. Ja, der Jugo Petrugo. Voll der, ähm, vielsankten Namen. Ich sage jetzt nicht, irgendeinen bösen Namen oder so, das ist normal. Das hat er richtig gemacht, ähm. Was verkacken das Sys Rallye, okay. Haha, die Allsjus. Verkacken das Sys Rallye. Verkacken. Alles Feedback. Ich muss es immer richtig schreiben. Die, 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 die dürfen das nicht richtig schreiben. Ich muss es richtig schreiben. Ähm. Wie heißt er wieder bei Facebook? Rechtschreibcontroller. Von allem tut er immer alles, also alles, was falsch geschrieben wird, oder Grammatik, ähm, wenn die Grammatik schlecht ist, oder so, tut er kontrollieren. Einfach, um irgendwie seine Zeit zu vertreiben. Wahrscheinlich ist es immer die ganze Zeit langweilig. Oh, das sind mehrere, die, ähm, Oh, Melodens wird angegriffen. Yay. Yay. Hahaha. So, ähm. Hahaha. Oh, ich werde er gebannt. Ich habe Porn geschrieben. Scheiße, nein. Ah, Kreml. Ist ein Pöse. Ist ein Pöse. Oh, ist ein Pöse. Die bringen mich um. Oh, ich habe sie überlebt. Hahaha. Ah, die bringen mich um. So, ähm. Buchhosen bei Regnum ist ja so schwierig. Das, das muss man unbedingt immer bei YouTube zeigen. Wie, ja, ein Bug ist so schwierig herauszufinden. Ah, ist hier bei Regnum. Das muss man unbedingt auf YouTube stellen. Das ist ja richtig toll. Pfff, von mir aus. Ja, oh, schaut mal, alle ist rot. Cool, die haben zu viel Damage gemacht. Ich fürchte mich jetzt. Oh, der Gonel hat 778 Schaden. It's not a bug. It's a file lure from NGD. So. So. Das sind keine Bugs. Sonst können sie sich ja nicht fixen. Weil Bugfixing, das ist viel zu schwer. Melodies, Melodies. Ich will dich kürzen. Ich will dich kürzen. Mütz. Wächte, wächte, wächte. Nein. Waffe runter. Mal ein bisschen Dänchen. Brull. Melodies anbrüllen. Melodies anbrüllen. Yay. Genau. Alle. Sofort. Etatiert mir einen coolen Spruch. Also Leute. Ey, ich bin level 51. Ich kann fast nicht. Stufe A60 werden. Bitte helfen. Danke. So. Ähm. 343 Schaden mit richtig fettem Stunt. Äh. Pösel. Pösel. Jugo. Äh. 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 Arrest. So. Äh. 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 So. Passiert noch was? Nichts? Hm. Ein Königreichspunkt. Boah. Und es steht ein Königreichspunkt. Ich will ihn auch mal einmal kloppen. Einmal kloppen. So. Das ist mein Klopp. Äh. 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 Pöser. Melodies. Pös. Oh Mann. Das regt auch. Immer haben sie Stuntz. Ablenkungsschuss. Ah. Das ist der mit dem. Ja. Chill mal. Ja. Komm wir. Kuscheln ein bisschen. So. Yay. Ja. Jetzt warten wir 5 Stunden. Na gut. Abges Bock ein. Kommt. Hm. Mit. Alsen. Kuscheln. So. Na ja. Mein Internet ist wahrscheinlich wieder schwach. Das geht lange bis ich in den Chat komme. Ja. 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 Das geht mal nicht. Also bitte. Ey. Das geht mal nicht. Was kann glaub klicken? Klaub. Kaupp. Klicken. Tortox. Aha. Und ähm. Ich hab keine Stoppo laufen. Der ist einfach da mit seinen 90 HP und chillt. Der ist ja immer noch da. Was ist immer noch da? Was ist immer noch da? Was ist immer noch da? Ich ein bisschen aufwecken den Melodis. Viel aufwecken, man. Ähm. Ich will ihn kennen. Das würde ihn wahrscheinlich noch ähm. Ich hab mich getroffen. Dann hau ich ihn wieder um. Oh man, das nervt. Oh Gott. Er ist so pös, er hat Ablenkungsschuss. Ja. Fries mal ein bisschen. Fries mal ein bisschen. Fries mal ein bisschen. Fries mal ein bisschen. Ähm. 89? 87? 88? Nein 89. 90? Ja. Ich hab's zusch- Hehehehe. 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 Hehehe. Hehehehe. Nein, er hat ihn getötet! Jetzt hab ich vier bekommen. Yay! Yay. Vier. Krps. So. Die wollen mein Video anschauen, das dürfte ich nicht, das dürfte ich nicht, nein. Haha? Eben, haha, Erze. Was ist haha? Alle. Und. Und. So, Herr Lieber, Herr Melodies, ähm, hast du Youtube? Schreib mal kurz unter das Video, du warst so lange auf dem Video, das ist so pornois. Alle unter das Youtube Video schreiben, ich war dabei. Geschickt, ja, spaßt, hast, spaßt, geschickt, hast, spaßt. Hä? Also da müsst ihr mir ja ein bisschen aufklären im, in den Kommentaren unter dem Video. Also eben Part. Hey! Hat mir keine Erkribz gelassen. Das geht mir gar nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Aha. Sollte ich keine Zeit haben. Ich bin doch so ein Hobbylose, der die ganze Zeit im Youtube herumgammelt und, ähm, Regnum spielt, das so langweilig ist, dass ich es wirklich fast nicht aushalte. Deshalb habe ich schon über 500 Parts, oder nicht ganz 500 Parts. Von Season 4. Haha. Was? Von Season 4. Ah, jetzt. Boah, diese Lacks sind, meine ich jetzt so schlechtes Internet immer noch. Ah. Ah. Der hier. Ah. 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 Hey, es ist fast 4 Uhr, oder über 4 Uhr. Jetzt habe ich nicht geschaut. Köpah. Langeweile. 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 а Moment Ich mache es fast nur wegen der seit dem ersten Video das hat so irgendwie 30.000 aufrufe habe ich einfach mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel habe ich immer noch nicht erfüllt und ich mache weiter solange ein Regnum noch existiert also Regnum Com Beste Com Yay So Draco gib dein Löwe gib mir mal spend mir mal gib mal auf meinen Paypal Account namens Drago Basel 40 Euro glaube ich kostet er und dann habe ich ihn nimm gib mal auf Paypal 40 Euro So So Jetzt Ja ist leider die Folge so langsam vorüber aber Freundschaftsanfrage singt Ja Ähm Da Jugo Alle Ergauen Wann ich On Bin So So Manche machen 500.000 Ah man was ist jetzt mit dem Ding los Minnekraft Hey Der Fürchterlichste Kampf Ich bin der Mungo und das ist die mega starke Boss Schlange des Todes und jetzt oder gar nichts Beste Leute D So Ich muss unbedingt diese Schlange killen Darum Brille ich sie an zuerst Dann mache ich noch einen dieser Sonne des Erde rauf Ok noch nicht getötet Auch mal ein bisschen Blut machen Zerfleischen So Und das war die grösste Herausforderung in den Champions of Regnum Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen Depri So Du bist doch nur neidisch Klar So Du bist nur neidisch und ich noch dazu Klar Der Jugo Betrug Jugo ist das dein Twink So 1200 Oh Ich habe vergessen zu kämpfen Ähm Kurz 2 20 Sekunden zuvor nachschauen Bisschen Gedächtnis herumkurven Heute Was ist das? Ha Drago muss kämpfen Ich habe erst vor 20 Sekunden Furt Futter Futter So Also Gehen wir aber jetzt endlich zum Wahl Jetzt kommt ein mega großes Video Ein langes Video Das extrem große Sicherung für 150 Gigabyte groß Bist die Stelle im Video Yes Yes Welche? Alle Jede Sekunde Immer So Noch ein bisschen angeben Für den Herr Lettel Und Ja Die Feinition von X D 412 Glaub Was? 432? Irgend So 412 Hämme Wollte ich ja schreiben Was ist jetzt? Hallo Was ist jetzt? Ich will die Mauer Ich will die Mauer zeigen Wie sie gebrochen wird Genauso wie 1989 Also bitte Jetzt Oh Hä? Okay Ab 95 Schaden Komm Baitaneles Fupes Spielen Fupes Könnte Sich bald Wieder Lohnen Zu Levels zu Ja Damals War ich Wegen der Pause Nicht so Ähm Viel Ähm Angesehen Und ich hatte Einfach Irgendwie Kein Bock Ähm Unter 3 4 5 Oder 20 100 Millionen Leute Zu Äh Livestream Und ich hatte Probleme mit dem Open Broadcaster Mit dem Broadcaster Also Der Packt Brot Ähm Für die paar kleinen Fehler Fehler FTB So Hallo wer im Regnum Livestream Offiziell von Gamigo Den Mini WC Teleport Im Initial Als Drachentele Vorstellt Fehler FTB Also habe ich geschrieben Hat es nicht anders Verdient Als Gemob Dern Yay 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 Full De Nope So Ich habe nicht Volle Konzentration Also Bitte Wieso Nicht Bin Keine Suchtie Der Alles Wissen Muss Und Konzentration Im Video Ist Schwer Zu Behalten Und Also Bin ich Schweizerdeutscher Und kann Nicht Ganz So Gut Immer noch Nicht Eigentlich So Gut Hochdeutsch Ohne Viel Konzentration Zu verlieren Sprechen Und Deshalb Scheiß Ich Weiß Nicht Was Sie Wollen Von Mir Sie Denken Ja Ich Müsste Hier Nachrichten Sprecher Und Darf Keinen Einzigen Sprachfehler Keine Einzigen Falsche Aussage Machen Und So So Wollen Sie Aber Ja Mal Den Finger Ausstrecken Und mir Das Persönlich Vor Vier Augen Sagen Nein Geht Nicht Yay Littl kann ich glaube noch nicht, noch nie gesehen. Sollst du singen? Also ich singe nicht so gerne, aber er könnte ja mal singen. Littl, Littl, Härchen! Öfter hier? Ne. Ok. Schade. Mach auch 500 Parts. So. Ähm. Es ist so spannend, ich könnte eigentlich jetzt zwei Parts noch machen. Aber sowas von sein Ernst. Aber ich habe irgendwie, ja, es ist 4 Uhr, halb 5 Uhr und ich müsste eigentlich schlafen jetzt. Aber es wird sicher wieder mal so ein cooler Part sein. Und eben, ich bin einer, wenn irgendwas frech ist zu mir oder so, ich mache einfach ein bisschen Scherz. Es ist wirklich nichts, wo man sich aufregen muss oder so. Und, ähm, ja, ich auf die guten Dinge. Alle guten Dinge sind 500 Parts. Ähm, ne. Ja, und, ähm, nicht vergessen, in Part 100 wird es ein Spezial gehen. Und ich werde es kurzfristig vorher ankündigen. Einen Tag oder so vorher. Und dann, ähm, ja toll, jetzt müssen sie extra noch die Mauer machen, damit ich noch mehr aufnehmen muss. Voll die Freche. Und, ähm, dann dürfen die alle irgendwo zum Beispiel zur Havanna-Insel gehen und, ähm, mich totkloppen. Und das ohne Rüstung, nur mit einem Initial-Lineationsschwert und mit einem Schild bewaffnet, werde ich dann über euch kämpfen und sowas von eine fette Chance haben, dass es kracht. So, also, ähm, am besten in den Foren schauen, am besten im neuesten Part dann schauen, also in den Video, in der Videobeschreibung. Und, ähm, ja, freut euch. Wird lustig. Also, ich bemühe mich, dass es lustig wird. Wenn es nicht lustig ist, der hat wahrscheinlich ein paar depressive Probleme, aber das ist nicht mein Problem. So. Kassel ist die Stadt, in der man wohnt. Mann? Der Mann wohnt dort? Okay. Der Batman wohnt dort. In Kassel. Kassel kenn ich sogar ab. Ich weiß nicht, wo das ist. Uh. Au. Mann. Du blöder Pokenschütze. Blöder Pokenschütze. Gott doch Gott. So. So, ich brüll ihn jetzt an. Ey. Brüll. Voll die Verzögerung wieder. Voll schlechtes Internetvertrag, Mann. Full schlecht. Nein. Nicht Steam aufmachen. Äh, wieso geht das jetzt wieder nicht? Pfff. 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 Viele. Luck. Hm. Pöser. Pöserwache. Wieder bei dem. So. Blöde Verzögerung. Nice. Ich muss Popo machen. Voll viele Popos. Ah, der Mager ist ja gar nicht hier. Also, ähm. So. Die wollen alle das nicht? Nein, nein, nein. Das geht mal gar nicht. Oh. Das geht mal gar nicht. Ich geh wieder weg. Aua. Hide. And seek. Ahm. Ich will hin. Ah, das geht nicht, weil ich im Baum drin bin. hatte heute 500 Kilobytes pro Sekunde gehabt. So. Hm. Also, wenn die die, wenn die da nicht einnehmen wollen oder warten oder so, ähm, dann kann ich auch das Video jetzt ein bisschen beenden und dann wieder machen wir jetzt was los ist. Machen wir ein Stunden Video. Ja. Best Pop AUS. Was ist los mit dem Helemann? F.T.W. So. Also. Tschüss. Bis, ähm, ja. Eventuell im nächsten Video dann. Bye. So. Es sind 40 Minuten erst. Okay. Machen wir noch 10, ähm. Ich hab noch geschrieben in 2 Jahren mit 500 Kilobytes pro Sekunde. Damit wir am besten an... Ach Gottchen. Ich hasse Rechnung. So. Ähm. Ähm. For the Clone, man. Ich töte die. 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 Oh mein Gott. Ich muss nur noch Lustiges denken. Aber, ähm. Ich will mich sowieso mal ein bisschen Captain Rechnum anschieren. So. Captain Rechnum zur Stelle. So. Und jetzt wieder raus. Auch Heg... 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 Ja. Dann sind wir ready for Part 100. Also. Vielen Dank für's Schauen und bis zum nächsten Mal an Ertragung. Tschüss.